Moin zusammen und willkommen zurück zu Yoshi's Island. Im letzten Part haben wir uns mit ein paar Kubas angelegt und ein bisschen Baseball gespielt. Und jetzt werden wir ins nächste Level gehen. Ich bin gespannt. Auf den Grünselwald. Hier gibt es lustige Geister, die immer fröhlich drauf sind und auch überhaupt nicht nervig durchs Bild fliegen. Nein, sind sie nicht. Aber bin ich nur fast tot. Plopp. So, kriege ich einmal ganz viele Münzis. Ich bin schon froh, dass man die Geister fressen kann. Nicht, dass sie solche sind, wie so Beru's halt sind, ne? Die einfach nur da sind und nervig sind. Aber die sind wenigstens da, nervig und man kann sie essen. So, Pam. Sternchen. Du hast ein Leben. Das lassen wir jetzt mal leben. Sein, tuten, tun. Du hast es nicht. Ah, Geister, es sind überall. Und sie sind so fröhlich drauf. Ich mag keine Fröhlichkeit. Fröhlichkeit ist ächend. Fröhlichkeit vermischt einen den ganzen Tag. Und Fröhlichkeit ist ein Fremdwort für mich. Jetzt echt. Nein, ich tue immer nur so, als ob ich voll geil drauf wäre. Und das Lachen ist nur gespielt. Das ist so ein Soundtrack, den ich immer abspiele. Wenn ich irgendwie eine blöde Bemerkung mache. So. Ich lache gar nicht. Ich kann gar nicht lachen. Das kommt schon her. Tada. Der Lächter stirbt. Oh Gott. So. Den Schengang hätte man sogar eigentlich strategisch benutzen können, indem man einfach mal ein bisschen seine Eier verschiebt. Und abwartet. Ups. Was war das? Ich weiß, dass da was ist. Da ist immer irgendwas versteckt. Geht doch. Die Kamera geht so weit runter, obwohl ich da noch gar nicht bin. Ah, Federmäuse. Geht weg. So. Dich esse ich. Dich fress ich. Und dich nehme ich als Nachtisch. Hm, ich habe heute meine Spikes nicht an. Wie es mir scheint. Oh, eine Münze. Weil den Pummel hier, oder Puschel, nur wie auch immer du heißt, hat es nicht erwischt. Naja. Jetzt gehen wir jetzt mal wieder in den Stern. Du musst hier lang rennen. Macht alles platt, was uns vor der Nase läuft. Dich auch. Dich auch noch. Und dann sind wir hier. In einem... Was auch immer... Ding. So. Auf jeden Fall ist oben ein Blümchen. Das wollen wir haben. Ich glaube nicht, dass da rote Münzen sind. Nein, das sind nicht. Nee. Aber irgendwo hier... War doch... Hm. Wo war denn das jetzt noch? Hier gibt es ein verstecktes Völkchen. Wo ist das? Ähm. Das ist nichts. Da ist es. Wow. Gibt es aber noch eins. Das meinte ich jetzt nicht. Hups. Äh. Es sind hier keine Eier. So. Was will ich jetzt haben? Ah, da ist es. Da kann man immer da oben hin und einmal hier hin. Ich glaube, man kommt aber bei beiden gleichzeitig wo hier raus. Also, so, ne? Wow. Ein Blark. Ein Blark. Blark, geh weg. Geh weg. Ich weiß immer noch nicht, wie du mit vollständigen Namen heißt. Geh weg. Blark. 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 Hm. Ich überlege gerade, dass es nötig ist, dass ich das jetzt mache. Ach, guck. Ja. Stirb. So. Dann verpieseln wir uns mal ganz schnell von hier. Und gut, dass wir noch ein Ei haben. Na, sonst hätten wir immer auch unsere Stampfattacken gehabt. Unser Boy. Ha! Was hier nicht Boy in Haar macht. War auch nicht schlimm. Ich hätte gerne noch ein paar Eierchen. Gib mir unsere Eier. Give me all your eggs. So, das muss reichen. So, haben wir wieder einmal unsere Melone gekriegt. Kommen wir alles kaputt, was das vor die Nase kommt. War nicht lang gereicht. So, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Und weiter geht's. Wuddel, 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 Wuddel. Schilder, oben. Hinten zu dem Schlüssel. Plopp. So, es war noch ein bisschen Federmuster weg. Oder auch so. Schnappen uns den Schlüssel. Und gehen hier noch einmal zurück. Stipp, stipp. Springen auf den Stein. Ow! Wuge, Wuddel auch nicht. Springen auf den Stein. Und dann da hoch. Dann ist hier ein Häuschen, in dem wir gerade eben voll vorbeigebasht sind. Und schauen mal, was uns hier erwartet. Ein Ballon-Duell, schon wieder, yay! Tassenkombinationen smaschen! Oh, das ist ein Ball! Und BX! Und B! Bäh, hier hast du das Ding. Wow, der ist gut, ey. Der ist sehr gut. Ich glaube, diesmal werde ich nicht gewinnen können. Das ist ein würdiger Gegner. Oh nein, warte. Ich hätte es fast nicht geschafft. Oh mein Gott, oh mein Gott. Das ist so ein nerfender Freibind und es wird nicht explodieren. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Das war knapp. So, warten wir mal kurz, bis der Stein da weg ist. So. Machen wir uns den Weg frei. Plop. Ups, ich kenne die Melone wieder. Da, 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 da. Ups. So, einen Aufruf machen wir nicht nochmal, weil es ja Quatsch. So, dann machen wir hier, sammeln wir die Münzen ein. Ich hätte gerne die neue Melone. Dankeschön. So, Melone. Oh, Melone. So, wenn ich hier das nächste Steinchen. Bewege dich. Bewege er sich. Klop, 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 klop. Los, schieben. Schieben. Los, schieb um dein Leben. Ich habe schon wieder den Wummer vergessen. Oh, Menno. Naja, das geht so rum ja nicht. So, was kriegen wir denn schönes? Natürlich kriegen wir ein neues Spiel. Das ist schön. Glückskarte. Decke eine der Karten auf und du erhitzt eine Gegenstand. Je mehr Glück du hast, desto besser der Gegenstand. Ey. Wo kann ich denn Glück kaufen? Oder muss ich wieder Tiere füttern gehen? Und da ist schon die nächste Festung vor uns. Und das sieht aus wie ein Waschlappen. Ja, ein riesiger Waschlappen. Boos, weißt du? Boos. Boos. Na, 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 na. Du küsst mich nicht, du küsst mich nicht. Äh. Bip. Ihr könnt mir doch eh nix. Die haben mehr Angst vor mir als vor denen. Warum würden sie sonst weg gucken, wenn ich so angucke? Die verstecken sie. Ich halte nicht die Augen zu. Also, wer mich nicht sieht, der sehe ich auch nicht. Ne, wer mich nicht sieht, der sieht mich nicht so rum. Plupp. So. Das ist jetzt ein bisschen knifflig. Weil ich wollte eigentlich gerne die Münzen da drunter haben. So. Wie war das hier denn nochmal? Das ist ein totales Hin und Her gelaufen. Ich gehe aber erstmal da hin. Das ist auch nicht richtig. Ähm. Okay. Ich spring hier mal rauf. So. Gut, dann gehe ich halt erst hier lang. Hier gibt es ja diese Krinsegeister, die total happy sind. Total früh. Bäh. Brr. Die sind auch gut drauf. So. Dann einmal draufgesprungen. Einen gekolpten Schuss in die Ecke. Und einen Schlüssel. Nein, die haben Schallgeist. Sie sind tot. Und wandeln jetzt auf der Erde herum. Das ist doch wirklich grausam. Was ist denn das hier für ein Mist? Und die gesamte Buchi. Ich finde die süß. So. Wenn ich dichter gehe, gehst du mich auch nicht. Genau das ist daran süß. So. Da komme ich nicht rüber. Kommst du mal ein bisschen runter? Ein bisschen näher. Pam. Ich weiß, das war gemein und unnützig. Aber ich wollte es mal machen. Zack. Durch die Röhre. Dann kommen wir nämlich hier raus. Hier eine wundervolle Kiste. Eine beautiful Kiste. Danke. Ganz verständlich. Okay. Einfach Eier. Werden die Wolke nicht abschießen. Und hier rüber gleiten. Dann kommen wir nämlich hier durch. Ich habe noch ein Gratis-Blümchen. Da hat die Shy Guys alle zerfetzt. Und jetzt bin ich bei euch lustigen Gesellen hier. Wo bin ich? So. Dann kann ich rüber. Dann sind wir nicht den lassen. Dankeschön. Da sah noch einer. Tschüss. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Hm. Irgendwann ist das nicht hier sehr gesund. So. Auf die Feuer. Oh mein Gott. Das ist doch nicht möglich. Das funktioniert nicht. Ein Holzfluss auf Lava-Strom. Das geht nicht. Nintendo-Logik. Please. Please. Please stop it. Stop it. Please stop it. Ah. Warte. Warte. Da gibt es auch Fangenis. Oh. Eins. Ei meine ich. Da sind auch noch ein paar. Die haben wir alle. Und dann kann man hier oben. Blub machen. Dann kann man hier rüber. Da gibt es eine Tür. Hier schon gesehen. Und dann haben wir jetzt einen lustigen Raum, den ich nicht kapiere. Da. 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 Warte auf, nix Blümchen. Der greift uns nur an, wenn er uns sieht. Oder hört. Könnt ihr mal sterben oder sowas. Der ist schon mal tot. Ah. Ich hau ab. Das ist mir ein bisschen zu gefährlich. Aber ich hab das Blümchen. Hauptsache, ich hab das Blümchen. So. Renne ich hier eben schön durch. Hi. 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 Das eine nehme ich noch mit. Und dann gehe ich hier durch. So weit kann es nicht mehr sein. Ich muss auch einmal Schwebebalken. Die in der Luft schweben. Ne? Balken, die in der Luft. Ja, ist gut. Und dann stellen wir uns. The big boss. Again. Schau dir. Schau dir. Hi. Hi, Kamek. Hey, was haben wir? Das andere Baby. Wir haben das andere Baby sicher in Broses Schloss. Und werden es nie wieder freigeben. Ja, 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 ja. Das wollen wir doch erstmal sehen. Oh mein Gott, es wird riesengroß. Ja, diese Größe ist der Wahnsinn. Ich hab keine Eier mehr. Stopp, ich nehm erst mal ganz viele Eier. So. Federmaus, komm mal her. Kommst auch noch mal her. So. Und jetzt machen wir den Big Book kaputt. Und der wird immer größer. Und wird immer größer. Und wird immer größer. Und dann. Explodiert, ja. Dass ja auch immer alles explodieren muss. Das ist so ne neue Mode. Dass die Endgegner immer alle platzen. Schon wieder der Blume vergessen. Na ja. Schmeißt mir Mario einfach mal weiter. Und werden dann im nächsten Part Makito begegnen. Also bis dann. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.